Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Grimdawn. Wir machen natürlich weiter. Ich wollte mal sehen wie oder was oder wie es hier weiter geht. Ich kann das noch nicht machen. Das hilft mir sehr. Jetzt haben wir auch die stärkeren Gegner, die dazu führen können, dass wir fast sterben. Verdammt, hier sind keine Gegner. Der Typ ist gestorben. Ah, Scheiße. Ah, unendlich. Ich kann das noch nicht machen. Na, endlich. Na, endlich. So, weg und hier und hier rüber. So, bam. Damals. So. Sehr gut, da drüben sind wir gleich verknallt. Oh. Und ein mächtiger Feind, wie es scheint. Can't do that yet. So, die Uhr. Verdammt, die muss ja so weit weg sein. Gut, Ränder. Ich habe schon gesagt, wir machen einfach weiter. Ah, sehr gut. Aber hier warten wir noch nie. Ich kann das noch nicht machen. Ich kann das noch nicht machen. Ich kann das noch nicht machen. Okay, die... Die vorherigen... ...kannten wir ja nur oder weniger. Aber jetzt... So. 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 Muss natürlich hier alles aufsammeln. Ah, hier. Und weiter geht's. I can't do that yet. So, sehr gut. Verdammt. Ah. Ja. Wer bist du denn? I can't do that yet. Weißt du... Du wirst sterben. Besonders der da. Komm zu mir. Sehr gut. Und nur 6 Sekunden? Ah. Die Geiten zählt sie. So. Sehr gut. Und das... Ja, natürlich. Am Arsch der Welt. Hm. Es kann ja nicht gleich um die Ecke sein. Nee, es muss am Arsch der Welt sein. Aber gut. Und will sie hier schließlich nicht beschwiegen. Ach, na endlich. Ich dachte schon, hier... Hier geht nichts mehr los. Okay, das ist jetzt zu knapp. Das wird... Das ist zu knapp. Ja, das ist zu knapp. So, komm. Ach, wenn wir nachher gegen den Boss kämpfen. Oh, sehr gut. Das ist jetzt gegen den Boss. Oh, gerade noch so geschafft. Oh. Gerade noch so. Na ja, wir machen weiter. Auch wenn es diesmal knapp war. Hören wir mal, dass es nicht immer so knapp ist. So. So. Das ist nicht bereit. So. Wir müssen alles mitnehmen. Das ist kein mächtiger Feind. Ich glaube, den muss ich stehen lassen. Das ist, glaube ich, nur Zeitverschwendung. Es sei denn, die Kleinen sind als getötet oder so. So. Ich glaube, die Zeit läuft. Ah, hier ist es. Das ist ein besser Weg, die wir machen. So. Okay. Ist gut, wenn die alle zu uns kommen. Ja, gleich. Zuerst einmal, was ist das? Erkugenschaft freigeschaltet? W-w-w-w-w-was? Keine Ahnung, ich habe keine Zeit dafür. Kommt schon, sterbt, sterbt, sterbt. So. So. Oh, was ist das? Das ist... Ich glaube, das ist das, was wir vorgeschaltet haben. So, aber das hier... ...pflügen. Komm schon und dack. Okay, und jetzt da in die Mitte. Ah, da. So, rein da. Oh. Backe. Gut. Zunächst können wir... ...mehr als nur ein Small Tool. So. Hier geht es nicht lang. Wir müssen da oben lang, okay. Verdammt, ich komme schon. Ah. Ich bin nicht wieder so knapp. Hi. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, aber hier ist es ready. So. Hier haben wir noch die letzten. Sehr gut, hier. Ja. Oh. Und recht neben dem Portal. Sehr gut. Ich kann das noch nicht machen. Ich kann das noch nicht machen. So. Okay. Der Timer läuft runter, aber... ...war gut. Also, was bringt das hier? Du bist von... ...olero... 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 ...blutrausch erfüllt. Dadurch... ...erhöhlt sich dein Schaden, aber du wirst verwundbarer für... ...physische Angriffe. Okay. So. Ah, wir machen weiter. Ja, wir sehen, wie weit wir kommen. Oh. Ach, nö. ...höh. Okay. erhundschaft freigestellt sind zählen identität so blut ist recht immer noch nicht sie ist wieder auf der karte wo sie sind dann auf geht's zu diesem ort so gut wo haben wir es wo haben wir ernsthaft so ich würde sagen wir sind eigentlich gut drin so aha so sind das fallen ja das kill's not ready so natürlich auch so ein platz ist wieder da einfach alles wegklappen aber es wird wirklich anspruchsvoller oder besser gesagt schwerer anspruchsvoll ist es noch nicht ist einfach schwerer ja ja so Perfekt. Oh, sehr gut. Ah. Die letzten. Das hat leider noch nicht ausgereicht. Jetzt aber. Und wieder irgendwo sehr weit weg. Dass wir sehr viel Zeit verschwenden. So. Die hätten wir fast vergessen. Okay. Okay. So. Ja. So, kommt schon. Oh, wir sind fast gestorben. Ja. 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 Wir sind gleich da. So. Fünf Sekunden auf die Uhr. Ja, ja. Ich habe eingefroren. So. 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 So, perfekt. Eingesammelt. Und jetzt die letzten paar hier. Perfekt. Ah, Gott sei Dank. Und rein da. Zwei Bosse. War ja klar. Das kann ja nicht einfach sein. So, der Erste ist down. Verdammt, das war eine Ersens-Ration. Sorry. Moment, ich bin gleich bei dir. Wir machen weiter. Das macht schon irgendwie Spaß. Ah, fuck. Zum Glück haben wir gute Schuhe. Okay. Nächster. Okay. Und nächste. So, was haben wir hier? Der Tod. Gut. So. Oh. Okay, nicht schlecht. Aber reicht das? Nein. So, es ist gleich da drin. Weiter geht's. Oh. Die Kanalisation. Okay, die habe ich nicht vermisst. Ich kann das noch nicht machen. Ich kann das noch nicht machen. Den Angriff verbraucht für nichts und wieder nichts. Oh, aber... Ich kann hier wieder etwas opfern. So. So. So einfach geht das. Werfen wir aus. Schauen wir nachher an, was das bringt. Ich kann das noch nicht machen. Und die Dinge, die da runterkommen, sind deswegen hier. So. Mein Gott, du musst doch gerade schreien. Äh, da, 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 da. So. I can't do that yet. Aber I can do it. So, gut. Und jetzt hier rüber. Ich glaube, das sollte reichen. Und hat gereicht. So. Mhm. Oh. Ooh. Okidoki, so, an. Die haben es überlebt. Nicht gut. So, wo sind wir hier? Und wie tief ist eigentlich diese, dieses Gebiet hier, also im Allgemeinen, wie weit runter müssen wir? Was ist das hier? Ich lese mir das durch, sobald wir irgendwo Ruhe haben. So. I can't do that yet. So. Bam. Und, und. Gut. Aber die Zeit hilft leider nicht viele. Wir brauchen länger um sie zu töten. Wie schön ist, als wir die Zeit kriegen. So. Okay. Verdammt. Verdammt. Und wieder irgendwo im Arsch der Welt. Komm schon. Jetzt kämpfen wir gegen den Boss, oder? Das skill is not ready. Das skill is not ready. Yeah, not ready. So. So. Komm schon. Und wer sieht. Okay. Und natürlich ist es gut. Hm. Was ist das? Äh. Gut, dann lesen wir kurz mal das hier. Du hast mit Asraqa einen Handel abgeschlossen. Dadurch erhältst du höhere Verlangsamungs- und Kontrolleffektswiderstände, aber deine kritischen Treffer sind schwächer. Uh. Gut, was sagt er? Ja. Ich kann den Weg weiter öffnen oder, wenn du möchtest, dir eine Kompensation für deine Erfolge. Das wird aber auch das Ende Ihrer Reise markieren, als die Verbindung zu diesem Schad wird gebrochen. Was wird es sein? Okay, Moment. Oh. Oh.